Um Gottes Willen. Oh! Oh! Was ist das? Oh! Oh! Geht weg! Verschwindet! Oh Gott! Wir haben ja aussehen! Verpiss dich! Komm schon! Na! Die Steuerung ist etwas... Komm schon! Geht nicht nieder, zieh ich. Egal. Häm, häm, häm. Ja. Oh Gott! Was ein Geschrei. Was, 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 was? Oh, oh, oh! Oha! Was ist hier für ein Chaos, hey? Was ist hier nur für ein Chaos? Da war doch auch ein Saurier eben, oder? Wo ist denn der hin? So ein kleiner. Oha! Oh! Oh Gott! Also die Geräuschkulisse ist schon sehr hart. Oha! 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 Habe ich! Habe ich! Schaust dir an. Ich habe keine Taschenlampe, ne? Doch, ich habe eine. Na, der ist ja wieder weg. Schlecht. Ach, hier, ein Nest. Frühstückseier. Oh, oh! Mein Gott! Da hat man geladen. Dann schreiten wir mal voran hier. Oh, grünes Licht. Was ist hier? Ah, was ist das? Habe ich hier meine Ruhe? Das hat da und gerade das letzte noch übrige Landungsschiff entdeckt. Bewege das Geschirrstof fertig machen. Was ist das denn für eine Horrorschau, hey? Was ist das? Ich kann nichts machen. Oh Gott, oh Gott. Hier ist Heilung, aber brauche ich nicht. Ich bin bis jetzt ganz gut durchgekommen, ohne Heilung. Ah, tausend Wege. Tausend Wege. Ach nein, hier ist gar nichts, okay. Super. Dann, äh... Gehen wir weiter. Oh, ich rutsche. Das Landungsschiff fliegt zu niedrig ein. Automatisches Zielen ist zu unsicher. Den Aktivierautosuchern ist im Geschützturm. Was geht hier vor? Wer redet hier? Oh Gott, da oben ist jemand. Hallo. Oh. Ich werde gleich... Oh Gott. Was erwartet mich da oben? Okay. Satellit. Satellit. Aha. Raketenwerfer oder sowas. Oh ja. Huh. Heftiger Raketenwerfer. Hey. Oh. Hallo? Ist da jemand? Satellit. Oh ja, das sind alte Maya-Ruinen, wie es mir ausschaut. Kann ich hier hochklettern? Nein. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Mein Gott. So. Mal ganz ruhig. Mal rand entlang. Ah ja. Ich sehe schon. Ah ja. Oh Gott, da kann ich auch nicht gerade schießen, ey. Gleich kommt es rausgesprungen. Ah ja. So. Hier war zum Glück es nichts. Ah ja. Sehr schön. Wunderbar. Jetzt habe ich noch mal schauen, was ist das Patron 1? Mal zwei Patronen. Gewehr? Schrotgewehr. Sturmgewehr. Das verstehe ich nicht ganz. Da schießt es so oder so, wie Schottgang. So. Wo geht es lang? Wo geht es lang? Ach so. Kann ich hier hoch? Hm. Ach so, ja. Ich weiß schon. Ach, war es schon. Hier entlang. So. Hipsa. Hier war doch vorhin jemand. Ah, guck hier. Da ist ein Gunman. So eine Scheiße. Der fette Raketenwerfer hat einfach abgeschossen. Überhaupt nicht übertrieben, ey. Da kann man nichts mehr machen. Was ist das für ein Geräusch? Ach, hier. Ach, hier. Ein Affenkopf. Der Pfeile schießt. Oha. Oha. Kann ich jetzt durch? Nee. Ah ja. Was haben die Affen mit der ganzen Sache zu tun? Oha. Noch ein toter Gunman. Nein. Ah, das ist jetzt nicht so geil. Und. Und. Durch. Was knut denn da in Hunde? Das ist jetzt echt nicht so geil. Mann. Hopps. 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 Geschafft. Oho. Der hat aber gut eingeschickt. Was grunzt und schnauzt sich alles rum. Ah. Sauber. Ui. Ui. Mein toten Kopf. Mei. Oh mein. Auha. Da ist er. Oh. Ja. Dann. Komm her. Kutschi. 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 Er verkriegt sich. Hau einfach ab. Hau einfach ab. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Oh. Das ist ein Nervenkrieg hier. Gunman. Tod. Oh. Der lebt noch. Wie geht's? Oh. Was ist passiert? Warum greift er uns an? Du bist abgestürzt. Warum ist er bei denen? Was haben wir getan? Le General, ja. Ich weiß noch nicht, was mit dem ist. Ich glaube, der ist ein bisschen durchgedreht. Bleib du mal hier. Ich beschütze dich vor den Sauriern. Hoffentlich. Mein Gott, die Geräuschkulisse ist da. Das war Wahnsinn. Er bewegt sich noch. Hallo. Ne. Dort liegt. Gehen wir drauf? Nein. So. Gehen wir weiter hier. So. Oh. Mist. Le General, ja. Ist so ein Arschloch. Da hat man geladen. Mei oh mai. Geht's aber heftig ab hier gerade. Oh. Lass mich in Ruhe. Was auch immer du bist. Oha. Noch mehr Tote, Leute. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Alter. Was geht denn hier ab? Was? Was für eine kranke Scheiße geht hier ab? Mann. Ein gefährliches Exemplar befindet sich jetzt bei mir super toll. Oh, guck mal hier. Der schöne Hut. Alter, das ist eine Sauerei. Kranke Scheiße. Ich will nicht noch einen Hut. Und die Sauerdlöcher hier. Oh. Oh. Eindeutig Meierruinen. Ganz klar. Wasser. Wasser. Trinken hier. Ich hab Lust wie Sau. Ich hab Lust. So. So. Dann kann es jetzt mal weitergehen. Oh. Diese Geräusche, verdammt. So. Oh. Was ist das? Was ist das? Ja, lass mich raten, ein riesen Dinosaurier, aber, aber heftig riesig. Was ist das da vorne? Gunman? Ich hätte gerne einen Zoom. Warum hab ich keinen Waffenzoom? Das ist, äh, nefft mich ein bisschen. Oh Mann. Das war ja mal gigantisch. Hallo. Ruhe. Der riesen Dino ist hinter uns her. Fünf von uns hat er schon. Und er weiß, dass es noch mehr gibt. Wenn sie die Katakomben verlassen, sind sie erledigt. Fuck. Ja, das kann gut sein. Was will ich machen? Aber ich muss weiter. Ich muss. Nur auch, wo? Wo geht's weiter? Wow, was war das? Okay. Mich ab... Bitte. Major Archer. Ja. Gehen Sie ohne mich. Ich... Schaff's schon. Alles klar. Hör mal zu, beim abgestützten Flugzeug, da liegt noch einer. Den kannst du, kannst du dir ein bisschen um den kümmern hier. Ich mach jetzt mal... Ich schau jetzt mal, was hier abgeht, Hölle. Aber wo lang? Wo lang? Gott, es knurrt. Da muss ich wohl zurück. Oh. Oh. Oh, es kommt, es kommt. Es kommt. Alles bricht hier zusammen, Hölle. Wow. Auf geht's, auf geht's. Auf geht's. So habe ich mir das nicht vorgestellt, Jungs. Ich wollte doch einfach nur den General finden, aber dass er jetzt hier so eine Nummer abzieht, ist echt mies. Dieses Licht ist nichts, kann ich genauso gut ausmachen. Oh. Oh. Ein Kerker. Oha. Oh. Nicht, dass ich da runterfalle. Oh. Lass mich in Ruhe. Oh. Oh. Was ist das? Weg, weg, weg. Skorpion, ist ja hier rausgekommen. Drecksvieh. Oh Mann, oh Mann. Gehen wir weiter. Fieser Skorpion, ey. Ja, ja. Oh, oh, oh. What the fuck? Ich liebe diese Scheiße. Oh Mann. Das war ein Fuß. Hier entlang. Ich glaube, gleich sind wir noch mehr. Wow. Ja. Da ist noch ein Loch hier. Du lächern hier. Oh. Oh. Ja, scheiße. Komm her. Oh, oh fuck. Weg, 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 weg. Geht weg, geht weg, geht weg. Oh nein. Oh nein. Keine integrale Musik. Oh Mann, oh Mann. Ah, verpiss dich. Klappsch. Ah. Noch einer. Ah. 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 Da sind immer so niedlich, eh. Oh, nicht ein Kuppel geblasen, ey. Ja, Gunman, tut mir leid. Lebst du noch? Mann. Wir lassen keinen Gunman zurück, aber wenn er tot ist, verdammte Scheiße. Oh. Hier geht es weiter. Oh, hier war der Fuß eben. Wow. Da habe ich durchgelurkt. So. Dann gehen wir mal weiter hier.